Hallo, hallo, hallo. Hier ist ein neuer Sportvlog. Wo ich heute bin und was das Ganze hier überhaupt soll, das verrate ich nach dem Intro. Ich bin heute hier in meinem Hotelzimmerchen in Laubheim. Laubheim ist Home of Party-Schnaps. Wer das mal recherchieren will, kann das gerne tun. Ich mache heute hier Workout. Heute morgen ist es gerade 7.20 Uhr. Ich habe noch ein bisschen Zeit, bevor ich zu meinem Termin komme. Da mache ich jetzt erstmal ein bisschen Workout und dann sind wir mal weiter. Also, es geht los. Musik ab. Musik ab. Musik ab. Musik ab. Das war mein Workout für heute Morgen. Knapp 25 Minuten Workout gemacht. Alles gut. Schön im Hotelzimmer in Laubheim. Schön rustigal hier alles. Aber praktisch gut. Ja, ich melde mich zum nächsten Sportvlog. Ihr könnt in der Zwischenzeit runter vom Sofa und Sport machen. Ihr seht ja, man kann das mit ganz einfachen Mittel auch mal zwischendurch. Und wir sehen uns beim nächsten Sportvlog. Cheerio Miss Sophie. 알고sthaft. oot Musik ab. Musik ab. Musik ab. Musik ab. guck